Mein Geschäftspartner und ich, wir haben uns auf der Schule, auf der Handwerksschule kennengelernt. Wir haben beide Handwerksmeister gemacht und zu zweit mit einer Doppelgarage, mit einem Auto und zwei Werkzeugkisten haben wir angefangen. Heutzutage würde man sagen, wir waren ein typisches Start-up-Unternehmen. Wir unterstützen Unternehmen, die in ihrem Betrieb Reparaturen und Großrevisionen durchführen. Und der Plan, wie wir gearbeitet haben, war ein DIN A4-Blatt. Das geht bei zwei, das geht bei drei, das geht bei vier Personen. Aber je größer die Organisation wird und das Abwickeln der einzelnen Aufträge, ist es unmöglich, das mit einem DIN A4-Blatt zu machen. Wir haben es mit einem DIN A3-Blatt probiert, das hat auch nicht funktioniert. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir an unsere Grenze stoßen, weil der Kunde braucht Ersatzteile. Du hast sie schon mal angefertigt, wo ist das Blatt Papier? Wir haben Erfahrung gesammelt in einem selbstgeschriebenen Programm. Das ging bis auf einen gewissen Punkt, aber die Professionalität bei selbstgeschriebener Software ist natürlich beschränkt. Und aufgrund von der Zusammenarbeit mit größeren Unternehmen hat man auch sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Organisation bei uns in der Firma sich professionell darstellt. Und dann haben wir uns entschieden, SAP bei uns im Hause einzuführen, mit verschiedenen Add-ons von Core Systems und dem SAP Field Service Management mit bei uns aufzunehmen. Und mit diesem arbeiten wir jetzt aktuell. Wir haben früher den Maschinencheck gemacht. Das war so eine Art Aufsatz mit Bildereinfügen und Bewertungen der Maschine. Mittlerweile sind wir mit dem iPad beim Kunde vor Ort, haben vorgefertigte Texte, wo dann der Mitarbeiter nur noch auswählen muss, was für einen Zustand die Maschine hat. Halb kaputt oder ganz kaputt. Die Ersatzteile werden daraus generiert. Mittlerweile kann das bei uns fast jeder machen. Wenn wir heute zu einem Kunden fahren über einen längeren Zeitraum, wie zum Beispiel sieben Wochen, eine Montage in Israel durchführen, ist es uns möglich, alle Leistungen, alle Ersatzteile direkt vor Ort aufzunehmen, dieses digital bei uns im System zu speichern und eine genaue Abrechnung für 14 Tage zu garantieren. Wichtig ist uns, dass wir nicht mehr administrative Leistungen aufbauen müssen, sondern dass die Anzahl der Aufträge steigt und das funktioniert im Moment wunderbar und wir können das alles wunderbar handeln. Zu Beginn haben wir zu zweit angefangen. Da gab es natürlich andere Herausforderungen. Mittlerweile ist das System gewachsen. Mittlerweile sind unsere Kunden, unsere Auftraggeber an uns und wir an ihnen gewachsen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es so weitergeht, kann ich mir nur eine Lösung vorstelle, die wir jetzt im Hause haben. Und das läuft reibungslos. Also neue Kunden herzlich willkommen.